So, ich werde euch heute mal zeigen, ähm, was heißt zeigen, äh, heute geht's um SphereCrit, ähm, es ist ein neues System seit Season 5, ähm, eines meiner wirklichen Lieblingssysteme, ähm, ich habe jetzt noch nicht so viele levelt, wie ich's mir erhofft hab oder gedacht hab, wir haben jetzt schon echt relativ lang, ähm, Endless Tower gefarmt, ja, es ist leider eines dieser Systeme, die wieder sehr, 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 sehr grindy sind und ähm, auf alle Fälle heutzutage darum gehen, welchen, äh, Pfad das man am besten nimmt, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich mag das System und ich hab mich auch, äh, ich würde schon fast sagen, lang dafür eingesetzt, dass dieses System auch wieder auf CW-Flife erscheint, das gab's damals mal auf Lunara-Flife, ähm, Lunara gibt's natürlich nicht mehr, aber, naja, long story short, ähm, ich will euch einfach mal so ein bisschen, ich will einfach mal im Video mal zeigen, äh, auf was ich hier, ähm, ja, dann Fokus leg, wir sehen übrigens auch, es sind nur die Stats vorhanden hier, die uns wirklich was nützen, das heißt, kein Int, kein STR und so weiter, ja, also gehen wir nach Decks und wäre es relativ einfach, entweder da oben irgendwo oder links, der Rest ist, ja, auch okay, aber teilweise hat echt Trash irgendwie, STR interessiert keinen, Crit Shores, äh, ist Crit Schaden, demnach wäre es eins der unteren auf alle Fälle, ja, Attack, extrem wichtig, ähm, für uns auf alle Fälle, das will man eigentlich so schnell wie möglich, äh, erreichen, das ist einfach extrem wichtig, uh, äh, extrem wichtig und extrem nützlich auch, ähm, also es da oben fällt raus, das da oben machen wir mal definitiv nicht, das ist nicht so geil, Attack whilst using a bow ist auch wichtig, äh, ist da oben auch nicht drin, fällt auch raus, also wir sehen schon oben links oder unten links oder halt ansonsten auch die hier sind eher ein bisschen nicer, ähm, All Stats, ja, ist da oben auch nur eins, ist nicht so geil, äh, Increased HP Rate, ne, sorry, wo war es hier, genau, das ist hier, äh, prozentuale HP, ist nice to have, aber auch da unten wieder, hier das rechte und das linke ist, glaube ich, ziemlich gut dran, Decks, glaube ich, hatten wir, gut, da waren ein bisschen weniger Decks drin, das hier scheint aktuell so eines der besten zu sein, ähm, guter Tag, whatever, Kritschaden hat leider unten, gibt's, hat es überhaupt nichts, das ist halt ziemlich schlecht, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher, also, was nimmt man hier wirklich? Ja, was zum Teufel nimmt man hier? Ich weiß, es hat selbst nicht so genau, ähm, es hat natürlich alles Vor- und Nachteile, man kann nicht alles haben, das ist das große Problem, äh, ich denke mal so, gut, hier unten haben wir dreimal Krits, also hier hat man quasi dreimal Krits Rate und Kritschaden, hier haben wir vier, glaube ich, oder so, ja, ähm, was nimmt man hier am besten? Ich weiß es echt nicht, also unten in der Mitte ist halt irgendwie zum Teil wieder ganz nett, aber halt auch nicht so ideal, ich bin, äh, unsicher, also, ich mein, diese, was sind diese 20, äh, Bau-Damage sind auch ziemlich viel, aber halt auch nicht die Welt, äh, was nimmt man hier am besten? Also ich weiß gerade echt nicht, welchen Pfad ich nehmen will, auf alle Fälle wichtig ist, ähm, hier gibt's immer wieder so eine Sphäre, wo haben wir die denn hier? Ähm, Empty Sphäre, you can place any Sphäre you want in the slot. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie man diese Sphären bekommt, ähm, keine Ahnung. Ähm, wo haben wir denn? Genau, da gibt's ja auch einen Empty Sphäre. Also ich meine, unten ist natürlich schon echt ein bisschen Premium, also ich glaube, ich tendiere fast da runter zu gehen. Was haben wir hier? STA, HP, Dex, Dex, Kritschaden, Dex, ich glaube, wir müssen da runter. Vor allem, wir haben doch auch Increased Attack, oder? Genau. Wisst ihr was? Wir gehen da runter. Das ist, glaube ich, das Beste aktuell. Äh, 42,2 KHP, mach noch die ganze Stat-Fenster hier auf, dass wir da einfach mal sehen können, ähm, was das Ganze bringt. Genau. Boom. 200 HP mehr einfach instant. Nochmal 200 HP mehr. Einen Dex mehr gleich. Bam. 16 Attack mehr. Und nochmal Dex mehr. Warte mal. Müssen aufpassen, muss ich nicht verskillen. Boom. Nochmal ein paar Attack mehr. Kritschaden, 1% mehr. Direkt rein damit. Nochmal Dex mehr. Alter, 18 Attack einfach. Es hat, äh, oder wie waren es? Oder, ah, 28? Ne, 18 waren es, glaube ich. Äh, bringt schon echt ziemlich viel. Irgendwie eine Crit-Rate, also Crit-Chance. Und dann nochmal damit auch ICD. Nochmal ein Dex. 300% Crit-Rate haben wir jetzt. Ja, auch nochmal ein bisschen, äh, ICD mehr. 20 Attack. Wait. Wie hart skaliert das? Wann ist grad... Wann ist grad irgendwie 60? Warum, warum skaliert das so hart? Warum skaliert das so hart? Das gibt keinen Sinn. Wir haben hier 5% mehr Attack. Da haben wir 5 plus 13, 18. 18 plus 28 sind... Oh Gott. 38, 46, 56. 46, 46. Ähm. Okay, wir haben nochmal 2. Also wir haben definitiv kein 300% Attack. Never. Haben wir 300% Attack. Kann nicht sein. Ja, Flyfe ist... Oft sehr komisch. Scheiße, ich hätte glaub ich darunter gehen sollen. Ah. Oh, wobei, das heißt, wir können sogar noch mehr Attack mitnehmen. Wir können viel mehr Attack mitnehmen, als gedacht. Yo. Drei Alter. Das ist ja mega krass. Wir müssen halt leider jetzt hier einen ziemlichen Umweg fahren, aber... Naja. 1% Speed ist gut. 1st CI ist gut. Ja. 1 Dex wieder. Ja. Da muss man freischalten, leider. Aber... Wie kann man die füllen und mit was? Hm. Wie viel haben wir noch? Ein paar haben wir noch. 14. Ähm. STR steigen ziemlich gut. Attack. Der Attack steigt richtig krass. Johohohohoho. Die Attack steigt richtig, richtig gut. 100 HP. Alter, schon 900 HP mehr. 2% Speed ist auch geil. Wie viel haben wir noch? 7. Oha, wir kommen, glaub ich, sogar fast durch. Oder kommen wir durch? Wir kommen durch. Wir kommen durch. 1 STR mehr. Nice. 1% Crit-Chance. Alter, richtig gut. 1% Attack. Hohohohohoho. Okay. 1% Crit-Chance nochmal. Nochmal 1% HP. Alter. Okay, krass. Äh. Da ich nicht weiß, wie man diese MT-Spares füllen kann, werde ich die jetzt immer nicht skillen, wenn man jetzt noch 2 Punkte übrig. Ähm. Wir können, wir können, warte mal, wir können den Shortcut unten nehmen. Uh, Crit-Schaden. Speed. Ne, brauche ich nicht. HP. Increased Attack kann man da nicht. Crit-Schaden haben wir auch nicht. Okay, also wir haben hier definitiv, ich meine, wir könnten, ne, wir müssen da rüber gehen. Wir haben eigentlich kaum eine andere Wahl, oder? Außer wir sagen, wir gehen vielleicht da oben irgendwo. STA oder Speed. Okay, I All Stats 1 ist auch nice. Ha, da oben gibt es schon auch geile Sachen. Ey, ich muss wissen, wie man diese MT-Spares... Warte mal, kann man das vielleicht nicht mal sehen? Gibt es irgendeinen, irgendeinen Dungeon oder so? Ne, hier gibt es definitiv nicht, da auch nicht. Ähm, ich muss ganz kurz mal schnell was aktivieren. Und zwar... Äh, wo ist das? Das selbe Worte nur. Wo ist der Dreck? Hier. Genau, Dark Trails. Die habe ich... Ah, fuck. 925.000 HP. Group DPS, Alter. Ich meine... Was ist falsch mit denen? 4,8 Millionen. Und das ist auch Full STA mit STA-Löwen und so weiter. Ey, das ist doch geisteskrank. Das ist doch wirklich geisteskrank. Und vor allem, es ist ein ganzer Dungeon, der halt nur... Der halt nur diese Sphären droppt. Exceed Speed, Limit 2%. Ja, das ist halt geil. Das ist halt mega OP. Das ist auch mega OP. Das hat alles mega OP. Kann man hier irgendwo sehen. Äh... Äh... Empty Sphäre... Wo sind denn die da? Wo war ich denn da? Die da gerade, oder? Hä, die war doch hier gerade irgendwo. Da. Äh... Boah, das ist jetzt auch schwer, irgendwas zu erkennen da. Ich habe keine Ahnung. Ja, es gibt auf alle Fälle einige. Okay, also wenn man die aber da einfach stacken kann. Wenn man wirklich jede Sphäre... Also wenn man hier die Sphären beliebig besetzen kann. Äh... Dann ist das aber schon ziemlich OP, finde ich. Damage Reduction. Alter. 1% Lifesteal? 1%... Das heißt, man braucht das Lifesteal von hier gar nicht. Ich meine, aus der Klöwe auch nicht. Das ist halt so overpowered. Das ist... Also was heißt, overpowered, das ist geil. Weil es halt natürlich mit eingeplant ist. Aber... Ich brauche Angel Rank 75, was schon mal nicht so einfach zu erreichen ist. Und wie soll man an den Tank kommen mit 925.000 HP? Und vor allem 4,8... Äh, äh... 4,8 Millionen DPS. Mit allen Damage-Stilern auf... 180.000, also auf pure STA. Ähm... In welcher Welt soll das denn funktionieren? Ich meine, okay, es ist Endgame. Und es ist halt so diese Final Touch für seinen Körper und für sein Equipment und so weiter. Äh, das ist halt schon zu heftig. Weil, ich meine, schau mal her. Wir haben jetzt hier 1... Also wir haben jetzt hier 1... Wir haben... 2. Ähm... 3. 4. 5. Gibt bestimmt mehr, oder? 5. 6. Ja, okay, also es gibt bestimmt an die 8, 9 verschiedenen, ähm... Sphären da. Warte mal. Ach ja, genau, hier sehen wir unsere Stats. Ähm... Es gibt auf alle Fälle richtig viele von diesen leeren, oder? Also 8 bis 10, denke ich schon mal. Es sind einfach 8 bis 10 Prozent PVE-Damage. 2, 4, 6, 7. Vielleicht kann man auch nur jedes Ding einmal setzen. Das kann sein, aber ich denke nicht. Also... Glaube ich jetzt halt nicht. Wenn man jedes nur einmal setzen kann, okay, cool. Aber... Wenn man hier 8 Prozent PVE-Schaden kriegen kann, dann... Boah, Alter, das ist ja... Also dann wäre es mega okay. Und wie gesagt, ich meine, das kannst du halt unmöglich außerhalb der Season Farmen. Es gibt nicht genügend... Und nicht genügend gute, äh... Aktive Spieler, die halt sowas erreichen könnten. Also nie im Leben. Wirklich unmöglich. Also das ist so utopisch. Man muss immer bedenken, wir farmen ja aktuell Snowy Peaks. Ja, das ist gerade mal die Hälfte der DPS. Und wir sind auf Pur... Also auf Damage Equipment und... Und, äh... Pure Decks und so weiter. Also auf Damage gestattet. Und wir struggeln hier massiv mit vier Leuten, also mit insgesamt fünf Charakteren, äh... Um diesen Dungeon zu farmen. Wir haben extrem... Wir struggeln brutal. Und wir schaffen es halt sehr oft nicht. Oder wir müssen halt x-mal wieder neu versuchen und so weiter. Also insofern... Äh... Äh... Es ist halt wirklich utopisch. Diesen Dungeon wirst du halt nicht farmen können. Und auch einen Tank mit... Mit einer Million HP zu finden. Ich meine, wie viele Tanks spielen aktuell noch? Äh... Ich meine, selbst in Statement gibt's aktuell keine Tanks. Oder ich glaube, einen gibt's aktuell noch, der so halb aktiv ist. Ich hab noch einen Tank, aber der ist halt... Nur so mittelgut. Ich hab halt nicht viel investiert. Ja, okay, nach... Nach Merch auf Main, äh... Und so. Klar. Aber... Also effektiv glaube ich halt nicht, dass man es wirklich irgendwie zusammenkriegt. Und... Wenn man halt dann irgendwie einer von diesen wenigen halt ist, die halt dann Dark Trails farmen. In der Season halt noch. Ich weiß nicht. Ich würd halt ganz gerne den Server komplett durchspielen, aber es geht halt nicht. Dark Trails. Gut, wir wissen halt leider nicht, wie viele Leute das hier so gemacht haben. Also wir sehen aktuell so zwei Gruppen. Haben wir jetzt mehr als zwei Gruppen? Macht keine Ahnung. Bleibt mir auch die Zeit 24 Minuten mit zwei, vier, sechs... Ja, mit acht Leuten halt. Also wir kriegen niemals acht Leute zusammen. Vollkommen unmöglich. Also was macht man halt? Ich hab keine Ahnung. Ach man, das Spiel ist halt so geil. Beziehungsweise der Zivilfluff ist richtig geil. Aber die Konzeption ist einfach... Die ist nicht... Da hapert es halt wirklich schon echt ganz massiv teilweise. Muss ich halt echt so sagen. Das ist halt leider so die traurige Realität. So, wir haben jetzt fast 300 Hack bekommen. Schon ziemlich gut. Aber naja, halt auch jetzt nicht die Welt. Muss man auch sagen. Ja, also wir müssen hier auf alle Fälle einiges nachbessern und so. Aber was wir hier so kriegen, die Stats und so, das macht Spaß. Das ist geil. 3% Speed ist auch toll. Hab ich immer zu wenig. Also wirklich richtig toll gemacht auf alle Fälle. Das Ganze gefällt mir. Das Ganze gefällt mir.